Liebster André, das Unglück ist, dass ich Briefe immer dranschreibe, wenn ich zu allem Besseren untüchtig bin. Ich glaube, ich hinterlasse die erschöpfteste Korrespondenz der Literaturgeschichte. Dezember 1963. Lieber André, hier sind deine vielen und freundlichen Tees alle eingeflossen. Schönsten Dank fürs Packen. Der Scanded Ollong ist drollig, bitter und seelenerweckend, wie die Posaunen des Engels Michael. Der Kandiszucker ist in noch größeren Stücken als unserer, aber er hat eine Gebrauchsanweisung, welche verrät, dass der Zucker, wenn man ihn vor dem Tee in die Tasse tut, in Splitter zerfällt. Brüchig sind die Felsen im Westen. Der Tee Nummer 44 hat einen neuen Namen, wie der Bundeskanzler, und ist aber sonst der Alte. Er heißt Paul Schraders First Flush und wir wollen ihn haben. Soviel zu den ernsten Gegenständen. Ansonsten geht es uns gut und wir sind glücklich. Die Götter, an die bloß Besson nicht glaubt, haben uns Geld geschickt und Möbel. Die Friedenplatte ist unter Dach, wobei einige amusante Streitereien laufen, nicht politische. Die Bitterfelder Weglagerer pfeifen auf dem letzten Arschloch. Die Renate Langhoff ist gestorben. Ich sollte da kondolieren, aber ich weiß nicht, wie man das macht und schreibe deshalb lieber dir. Januar 1964 Lieber André, ich habe den Tartüff nicht so schlecht gefunden, wie du behauptestest, dass ich ihn gefunden hätte. Natürlich verlange ich von regulären Fabrikaten mehr als von Ausverkaufsware. In der Aufführung, die ich gesehen habe, gab es keine Schauspieler und keinen Tartüff. Es gab bloß Personen, die heuchelten, Theater zu spielen. Leider durchschaubar. Alles andere war erstklassig. Lass uns das in zehn Wochen noch einmal gemeinsam ansehen. Wie ich Besson kenne, kann sich der Zustand bis dahin durchaus geändert haben. Gib das missratene Tasso-Manuskript um Gottes Willen nicht aus der Hand. Es wird schon mal wer ordentlich tippen. Merci für die Friedenkritik. Polly ist fertig. Das Stück ist glänzend, aber es ist elend geschrieben. Ich fürchte, ich muss da noch mal ran. März 1966 Lieber Peter, wenn dich dieser Brief erreicht, wirst du Geburtstag haben. Herzliche Glückwünsche also und mögest du noch Zeit haben, weitere 27 Stücke zu schreiben. Darauf muss nun einmal bestanden werden. Eine Frage. Ich arbeite am Hamlet. Einige Punkte lassen sich leicht einbauen. Vorne muss man aber noch viel umschreiben, damit die Größe herauskommt. Meine Frage ist, welche Funktion hat deiner Meinung nach die Totengräber-Szene? Die Leichen wegzuräumen, die oben gemacht werden, ist ein lustiger Satz, aber nicht mehr. Ich bin da unzufrieden, weil ich ihre genaue Funktion nicht finde. Natürlich ist sie dramaturgisch wichtig, aber nicht nur deshalb. Das sind die großen Reden über den Tod, der alles gleich macht. Warum äußert sie der Totengräber und warum ist Hamlet davon so angetan? Was hat der Alte gemeint? Schreib mir doch ein paar Zeilen, wenn du einen Sinn siehst. Lieber André, das halte ich für übertriebenen Leninismen, dass du mir zum Geburtstag eine Mühe schenkst. Hier ist alles über die Totengräber. Auf diesem Friedhof begräbt Hamlet die Utopie. Konnte man die Fortenbrass-Szene noch so deuten, dass Hamlet die Utopie im Feudalismus sucht? Hier lässt er nach sehr geringen Verteidigungsversuchen alle Ideale fahren. Er wandelt sich vom überschwänglichen Miserablen zum platten Miserablen. Die Totengräber sehen den Tod niedrig, biologisch als Routinesache. Sie haben keine Erziehung. Ihr Lohn enthält nicht die Verpflichtung, sich über ihre Arbeit Gedanken zu machen. Hamlet, dessen Theorien alle zerschlagen sind, stößt auf diese praktischen Leute. Das leuchtet ihm ein. Je weniger praktischer einer ist, sagt er flugs, desto empfindsamer ist er. Mit diesem Bekenntnis zur Praxis konstituiert er seinen alten unlösbaren Widerspruch zwischen Theorie und Praxis neu. Von der anderen Seite her, aber es ist der alte. Also, stoßend auf die plebäische Position kippt Hamlet von der heiligen Betrachtungsweise in die mechanistische. Während er bisher geglaubt, Alexander sei unsterblich, glaubt er jetzt den entgegengesetzten Unsinn. Alexander sei ein Pfropfen. Bloß, wo der Plebie ja im Recht ist, ist der bewusste Held nicht. Was bei Appelmantus stimmt, stimmt nicht bei Timon. Hamlets theoretischer Offenbarungseid wird formuliert mit dem geistreichen Plattköpfen eigenen Humore. Alexander ist ein Pfropfen. Was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Hamlets Denkende heißt Nihilismus. Er liebt schon das Grab, in das er sich und seine Familie demnächst befördern wird. Eben dies ist Hamlets berühmter Todestrieb, über den ich in Analogie zu dem der Antigone ja schon in der Hamburger Rezension gehandelt habe. Januar 1976. Lieber Peter, lies doch mal über die hübsche kleine Kindergeschichte, die Plenzdorf in Weimar gelesen hat und die mir meine liebgewonnene Abneigung bestätigt. Er ist auch nur ein Volker Braun. Und hast du schon eine Meinung darüber, weshalb die Opposition der DDR sich neuerdings dem schauderhaften Schicksal der DDR-Jugend so sehr widmet? Übrigens glaube ich, man muss die Stammesgeschichte der Opposition künftig anders bestimmen. Heiner zeugte alle. Darunter den unehelichen Sohn Biermann. Biermann zeugte wieder die unehelichen Söhne Braun, Plenzdorf und andere, neben den ehelichen, die auch immer ihren Herrn Vater verleugnen, obwohl sie ihm in allen wesentlichen Zügen so sehr ähnlich sind. Und hier taucht dann wieder die Frage auf, ob Biermann selber nicht aus unnatürlicher Liebe von Heiner zu Havemann entsprossen ist. Wie du siehst, haben die Stammbaumforscher der Opposition ein breites Feld der Betätigung vor sich. Leider gibt es auch eine ernstere Frage. Im August ist Brecht 20 Jahre tot. Als ABB müssen wir da etwas schreiben. Nun könnte das auch die Gelegenheit sein, etwas Grundsätzliches über den Alten zu sagen. Und da meine ich, die beste Abgrenzung, die langsam notwendig wird, wäre einmal die Würrigung seiner tatsächlichen Verdienste. Hier, wo jeder Flachkopf inzwischen brecht, für den letzten Ladenhüter hält und zu idiotischeren Positionen fortgeschritten ist, wäre das schon eine wahrhaftige Provokation. Magst du nicht mögen? Bester André, was ich mitzuteilen vergessen hatte, war mein Beifall zu deiner Idee einer öffentlichen Brechtehrung. Du hast eine erstklassige Nase, immer. Natürlich muss ich in der Sache zurückhaltend sein. Ich bin aber sehr willens, etwas derart zu erklären, dass das Vorrecht, Brecht zu tadeln, folgenden Gruppen von Personen grundsätzlich nicht zusteht. Erstens, solchen, die Marxens Lehren nicht redlich kennen und befolgen. Zweitens, solchen, die realistisches Theater nicht in hervorragender Weise herstellen oder befürworten. Und drittens, solchen, die Brecht nicht gelesen haben. Der obige Absatz darf zitiert werden. Juni 1977. Lieber Peter, mit außerordentlichem Entzücken las ich den Mein-Eit-Dichter, auf den sich nun wirklich alle berufen, die uns hassen, wie die Pest. Natürlich werden die Herren Kollegen, die äußersten Grund hätten, sich getroffen zu fühlen, nicht einmal wissen, wovon die Rede ist. Gestern sagte mir einer, aber der Schlegel habe doch so gut den Shakespeare übersetzt. Er wusste nicht, dass das das Brüderchen war. Das Merkwürdige an den Auseinandersetzungen unserer Tage besteht überhaupt darin, dass wir gar nicht zur Kenntnis genommen werden, von solchen Glücksfällen abgesehen, wo Heiner dich als Monarchist entlarvte. Aber es ist ein schöner Essay, ein wichtiger dazu. Was ich mich frage ist nur, läuft nicht schon in der Antike eine romantische Bewegung an? Sicherlich ist Schlegel nicht ohne den Kapitalismus denkbar, dessen genaustes Produkt er ja ist. Der Kapitalismus macht die Romantisierung zwingend. Endet sie mit ihm? André Schatz. Es gibt andere Dekadenseerscheinungen außer der Bourgeoisen. Und die römische hatte das Recht, dieser ähnlich zu sehen. Aber zur eigentlichen Romantik gehört doch das Zusammenfallen des kapitalistischen Elends mit dem Welteelend. Das sozialistische Elend, glaube ich, kann Romantik nur zitieren, nicht erfinden. Ich schinde mich mit Seneca. Trimeter sind eine Züchtung des Teufels. Aber ich werde schon fertig. Aber ich bin nicht sicher, ob ich fertig genug werde für meinen Plan, der noch ein paar andere Schnurren vorsieht. Seit vier Wochen lebe ich mit Gewittern und ohne Kreislauf. Oktober 1977 André, ich habe Baro gelesen, der insofern von Bedeutung ist, als er den sämtlichen Schwachsinn, den je ein Marx-Verbesserer an irgendeinem Ort zusammengedacht haben kann, in einem System versammelt. Ich habe aus ihm auch die konterrevolutionäre Bedeutung des Nullwachstums herausgefunden. Es ist die Anfechtung der Parteithese, dass es zum Kommunismus noch einiger ökonomischer Anstrengungen bedürfe, also der Überbau für die Forderung Maoismus jetzt. Entzückend ist, dass dieser mikernde Professor sich das irdische Paradies als Paradies für mikernde Professoren vorstellt und gut gefällt mir die Organisationsform der neuen Partei in Diskussionskongressen. Der Mann hat mit Bader gemeinsam, dass der CIA ihn hätte erfinden müssen, aber nicht gut genug war, ihn zu erfinden. Es müssen immer die Deutschen an die Front. Dezember 1977 Lieber Peter, in dem kleinen Federer-Dialog steckt ein Fehler, den ich entsprechend verbessert habe, nämlich Federer geht zugrunde, weil ihr Verhalten einen Rückfall ins Matriarchat darstellt. Darauf steht der Tod. Dadurch, dass sie ihn sich selber gibt, kann sie kämpfend sterben, bei Euripides. Überhaupt fiel mir auf, dass die Knabenliebe der Alten ja nichts anderes darstellt, als eine wahrscheinliche Matriarchatssitte, die mit der Herrschaft zur höchsten Tugend erhoben wurde. Wie heute der Feminismus und das lesbische Gezirpe. Schöne Grüße zum neuen Jahr. Lieber André, ich verstehe von all dem welchen Zeug zu wenig, ich kann dir nicht helfen. Was ich sehe, ist, dass der Artikel ungründlich ist. Er ist gut genug für ein Programmheft, aber nicht gut genug für dich. Ich bin nicht sicher, dass du ihn unterschreiben solltest. Mutmaßlich beginnt hier für dich ein Forschungsgebiet. Lobenswert ist die Entdeckung der falschen Nachrichtendramaturgie, als was wäre, wenn Dramaturgie. Deine Definition von Ehre ist einfach liberaler Scheiß. Sie könnte von Tucholsky stammen. Ehre, das steht fest, ist Klassentugend. Es fragt sich, welcher Klasse. Wenn die feudale gemeint ist, ist es von Federer falsch gehandelt, die Ehre über die Tugend zu stellen. Wenn die absolutistische gemeint ist, handelt sie richtig. Ich kenne das Stück nicht, tippe aber auf Variante 1. Gleichfraglich ist eine Definition der Tugend als abstrakter Humanität. Könnte sie nicht die Klassentugend des Absolutismus bedeuten, also wie bei Shakespeare der Absolutism als realer Humanism behauptet sein? Auf die Klärung der drei Grundbegriffe Ehre, Tugend, Leidenschaft kommt alles an. Wenn du denen die richtige Basis zugeordnet hast, hast du die gesamten Franzosen. Die Erklärung rationalistischer Dramaturgie aus dem Rationalismus ist so tief wie die der Armut aus der Pauverté. Du bist der Lösung der Lebendigkeitsfrage mit dem Hinweis auf Shakespeare ganz nahe, aber du kommst nicht drauf. Weshalb wohl mögen Engländer pluralistischer denken als Franzosen? Tausend Wetter. Aber außer der Lebendigkeitsfrage gibt es noch die Schicklichkeitsfrage. Höfisch? Die gelehrte Antikenfrage. Sorbonne? Die Effektdramaturgiefrage? Die Situations- oder Charakterfrage. Feudale oder bürgerliche Beeinflussung. Ich will mich übrigens nicht wiederholen, aber ohne den Umstand, dass die Franzosen Beamte hatten und die Engländer keine zu erwähnen, geht über die poetologischen Unterschiede nicht zu reden. Auch den Pessimismus tippst du an und weißt nichts drüber. Tragödien sind nicht als solche pessimistisch. Die Franzosen scheinen mir, klagen auch in der Form über Entmenschungs- und Entfremdungsphänomene, die ihnen nur erlauben, Helden, nicht aber Leute zu schreiben. Du kannst im Ernst nicht Pessimism einfach dem Absolutism zuordnen. Wirklich, schreib da deinen Namen nicht runter. Dezember 1988. Liebster Peter, der Herzog von Saint-Simon mochte verständlicherweise Ludwig XIV. nicht. Aus seinen Memoiren habe ich dennoch die Hälfte meines Wissens über das Leben in Versailles erfahren. Aus den Erinnerungen zwei von Hans Mayer, in denen er die Zeit in Leipzig behandelt, erfuhr ich schlechte Nichts. Kein anständiger Klatsch, nur Gewäsch, Selbstbeweihräucherung und eine Auflistung aller bekannten Personen und Kongresse, die er besuchte. Seine Einsichten in Politik, Gesellschaft oder gar Ökonomie, die bei ihm nicht vorkommen, gleichen denen eines Schoßhundes in die Relativitätstheorie. Seine Einsichten in die Ästhetik, denen eines Schoßhundes, den man verboten hat, auf das Sofa zu scheißen. Die gebildetsten Flachköpfe sind immer die unerträglichsten. Natürlich ist er unappetitlich genug, ständig zu betonen, nicht zu denen gehört zu haben und dergleichen. Und schreiben kann er auch nicht mehr. Du kommst bei ihm zweimal vor. Und natürlich hasst er Ulbricht und liebt Heiner Müller. Nein, du hattest 1963 bei Pienz nicht recht, als du beklagtest, dass man ihn aus dem Lande geekelt hätte. Er schreibt an einer Stelle, wie gut er sich zeitweise mit Gottsche vertragen habe. Das zeigt doch, die 150-Prozentigen und die 50-Prozentigen ergänzen sich stets in glänzender Weise. Hattest du nicht auch für die 150-Prozentigen in die Klassizität dich geflüchtet? Bleibt die Frage, weshalb er erweckt und gegangen ist. Er versichert selber, man habe ihn nicht gedrängt, es zu tun. Was er als Gründe angibt, muss man nicht erst überprüfen. Aber ich habe es herausgefunden. Während seiner Reise in die SU hat seinen Bekundungen zufolge eine Betreuerin abends versucht, mit ihm zu schlafen. Ich verstehe also jetzt, weshalb er das sozialistische Lager fluchtartig verlassen hat. PS. Ich versuche, alle Stellen über den Absolutismus bei Marx und Engels nachzulesen. Engels wusste über ihn 46 schon alles. Lese nur Band 4, Part 31, über die preußische Verfassung. Aber ich werde nie fertig werden, da ich unentwegt hängen bleibe. Die Jorigu hat deine Aufsätze richtig als Rauschmittel beschrieben, wovon man süchtig wird. Mir geht es bei Marx oder Engels ebenso. Lieber André, ja, es ist sippenhaft, falls man für richtig hält, den Kampf des Kommunismus gegen den Eurovisionismus als Sippenfäde einzuordnen. Tatsache und kein Zufall jedenfalls ist, dass das amtliche Verbot der schrecklichen Kommunebegebenheiten in dem Augenblick zuschlug, in dem ich, der Störer des großen Manövers Biermann-Hermlin, mich für den Roman einsetzte. Diese Gewohnheit des Mit-mir-Mithängens besteht seitdem und treibt wunderliche Blüten. Der arme Regisseur Dietrich zu Ehren, ein so biederer und rechtschaffender Dissident wie jeder andere, befindet sich im Zustand der Ungnade, nur weil ich versucht habe, ihn nach Berlin zu holen, und sitzt in Greifswald und ahnt nichts und ruft sein, wofür, Genossen. Schlimm ist es für Karin und Ebi. Andererseits, seit die Nebel sich verzogen haben und der Tag wieder die Schlachtfelder erhellt, ist alles wieder appetitlich und in der begrifflichen Ordnung. Ein besonntes Gemetzel bleibt doch immer was Sonniges. Übrigens siegen wir 85. Du entsinnst dich, dass ich dir vor Jahren sagte, die Friedensbewegung werde von der EG bezahlt und die Regierung der DDR bekanntlich ist die Avantgarde der Friedensbewegung. Freilich, auch der Meyer Hansel hat's nicht leicht. Ausgerechnet ich musste die Andromeda zu seiner Perseustat sein. Er kam auf geflügeltem Rost durch die Luft geritten, tötete den Drachen und erlöste dann bloß die Dorfuhre. Derlei ist peinlich und sicher schwer in gutem Stil zu schildern. Wäre der Mann hier geblieben, er wäre jetzt oberster Kunstdenker und unser Kultur-Voytila. Dass du Marx haschst, ist keine gute Nachricht für die, die so verantwortungsvoll den übernationalen Kampf gegen die Dealer bedienen. Ich mache Gedichte. Das Wetter ist widerlich. Was zur Hölle ist ein Höhentief? Juni 1988 Mein André, hier liegt Post von dir. Ich habe so lange und so ungezogen geschwiegen, weil ich meinen Saul-Ascher-Aufsatz in einem Zug habe durchrennen müssen. Ich fürchte nun, es wird ein Saul-Ascher-Buch. Aber es ist im Prinzip fertig. Im Prinzip heißt, es wünscht noch nähere Bekanntschaft, mit den Feinheiten der deutschen Sprache zu machen. Diese Vorstellung ist grauenhaft. Ich weigere mich streng, sie ins Auge zu fassen. Der Weltekel erzielt wieder fabelhafte Wirkungen. Gewiss ein Höhepunkt waren Nancy und Ronald in Moskau. Die Untoten bei den Soziologen. Auch das heutige Wetter ist so ein Gipfel. Sonderbarerweise bin ich arbeitssam und sonderbarerweise gehen die Geschäfte ganz gut. Die Gedichte sind gedruckt, nur noch unausgeliefert. Die Balladen hallen kräftigst gegen das Totschweigen an. Der Weg über das Publikum tatsächlich gibt es ihn noch immer. Die Künstlerin kriegt einen Preis nach dem anderen. Freilich für einen Liquidatorenfilm, den über die Gleichberechtigung der Marxisten mit den Mormonen. Aber Russland stinkt, Ungarn stinkt, wir stinken, Geld stinkt nicht. Von konkret entnehme ich den Anzeigen, dass es außer der DKP auch das Christentum kraftschick und den Verrat an der afghanischen Freiheit ablehnt. Warum eigentlich lesen wir dieses Blatt nicht? War Ebi in Recklinghausen schlecht oder unbeliebt oder verfolgt oder alles das zusammen? Der Kampf gegen das grusinische Ungeheuer verläuft ja äußerst erfolgreich. Immer die Prügel auf uns. Mein liebster André, der Siebenschläfer ist ein Tier, welches stinkt, wenn es nass ist. Empedokles. Es dampft und nässt und schwadet. Der Sturm jagt die Wolken. Was will er denn von denen? Ich mache es mir also gemütlich und schreibe dir, um dir zu bestätigen, dass die Lage hoffnungslos ist. Zu dem Gorbatschow-Trauerspiel habe ich zwei Lesarten. Erste Lesart. Klassenkämpfe in Russland. Wir sind gewöhnt, dass die kommunistischen Parteien das Klassengleichgewicht kontrollieren. Selbst die Brezhnevsche Apparatdiktatur hatte die Gesellschaft auf ihre notdürftige Weise im Griff. Es kann sein, dass jetzt ganz einfach die Klassenkämpfe ausgebrochen sind. Gorbatschow ist einfach ein Ideolog der technischen Klasse. Es ist kein Plan mehr dahinter. Die Klassen folgen ungezügelt ihren Begierden. Es erscheint das Rette-sich-verkann-Geschrei, das Zeiten größter Unordnung vorausgeht. Das Proletariat, zeigt sich wieder, hat selbst keinen eigenen Willen. Es hängt instinktiv dem Apparat an. Denn seine Angst vor den Ökonomie-Professoren ist vernünftigerweise noch größer. Diese Lage hätte doch viel vom Direktuar. Mit Reißer als merveliös und Eidmatov als incroyabel. Sobald im kalten Russland die Nacktmode sich durchsetzt, wäre diese Theorie bestätigt. Zweite Lesart. Strategie des kontrollierten Bankrotts. Das hieße im Gegensatz zu eins, es gibt überhaupt noch eine Strategie. Wir haben ja auch gelernt, dass es oft ein Fehler ist, diese Kommunisten zu unterschätzen. Man flüchtet sich aus verzweifelten Lagen in eine Überbündnispolitik. Ins Bündnis mit den Wölfen, die einen hetzen. Man wirft ihnen alle Koffer, Ehre, Kunst, Wissenschaft und vor allem auch die Dienstboten und den treuen alten Kutscher zum Fraß vor. Und versucht allein das Schlittenpferd die Macht zu behalten. Lass uns zugeben, dass die Partei derartige Zustände des Defizismus schon überlebt und freilich nie ohne größten Schaden am Schlitten und am Pferd zurückgenommen hat. Die Nepp also und die Churchillse Soße, womit der Vaterländische Krieg übergossen war und vermöge deren Wirkung der Sieg dann nicht mehr schmeckte. Die Lesarten schließen einander nicht aus. Eine muss die Bestimmende sein, ich weiß aber nicht welche. Das größte Geheimnis ist Honecker. Ich habe seit 20 Jahren noch immer nicht daraus, was er beabsichtigt. Seit 20 Jahren bietet er die DDR zum Verkauf an. Und seit 20 Jahren hat er sie noch auf dem Ladentisch liegen. Er verteilt immer nur Proben. Aber so lange feilt doch keiner. Will er überhaupt zuschlagen? Warum versäumt er Apparat, Parteibrauchtum, Schule und Eigentumsformen marktgängig zu machen? Warum wird er in dem gerade störrischer, in dem Gorbatschow luschiger wird? Warum wird jetzt sein Sturz besprochen? Ich bin sehr sauer, dass ich nicht durchsehe, aber noch zum Tod am Wannsee nicht entschlossen. Also, mein liebster André, wende von diesen zweideutigen Tieren die forschenden Blicke, Goethe. November 1998 Mein liebster André, ich fange an, mit dem Geschäft des Nach-Berlin-Heimkommens fertig zu werden. Dass ich schon meine Briefe schreiben kann, ist hiervon der Abschluss. Danach werde ich wieder Zeit für Arbeit haben und ich würde zu viel sagen, wollte ich sagen, dass ich mich darauf freue. Zu Gremlitzers Kommt der Kommunismus wieder, habe ich einen schönen Leserbrief geschrieben. Da ich Leserbriefe im Innern verabscheue, hat mein Unterbewusstsein eine falsche Adresse auf den Brief gesetzt und ich bekam ihn heute unzugestellt wieder. Um ihn noch einmal zu schicken, ist es inzwischen zu spät. In dem Brief habe ich Gremlitzers Leitartikel gelobt als den Musterfall eines forrestalschen Ausrufs. James Forrestal war der US-Kriegsminister, der sich 1947 von einem Wolkenkratzer totsprang mit dem Ruf, die Russen kommen. In der Tat lasse ich selten ein so spontanes, spießbürgerliches Erschrecken vor der Möglichkeit eines Wiedereinzugs des Kommunismus. Gremlitzers bourgeoiser Schaden ist kein unbeträchtlicher. Es ist also eine Herzenssache von Gremlitzer, ich denke aber, es ist mehr. Geheimdienste machen immer wieder den Fehler, von einer Lage zu glauben, sie sei die alles Entscheidende. Und dann befehlen sie ihren Schläfern und Fünftkolonnern, sich für dieses letzte Gefecht zu dekonspirieren. Der letzte Fall der Art war der Golfkrieg. Und der gemachte Fehler hat Gremlitzer fast um jede Reputation gebracht. Jetzt beim Zusammenprall von Weltwirtschaftskrise, Rückkehr der Gorbatschowisten in die SU-Führung und Kosovo-Krieg haben die CIA und Mossad wieder alles auf eine Karte gesetzt. Eben auch unseren kostbaren Hermann L. Meinen Kinderbuchpreis hingegen danke ich keinem Geheimdienst, sondern dem Journalisten Christoph Schmitz aus Köln von der Corneliusstraße. Er hat die beiden Professorinnen, die mit ihm die Jury gebildeten, zu meinen Gunsten bewogen. Kennst du ihn? Inzwischen hat die Regierung von ihrem Missgriff erfahren und gibt mir mein Geld nicht. Und ich werde auf den Schienen der ICE-Strecke von Berlin nach Frankfurt gegen meine Regierung und für mein Geld demonstrieren müssen. März 2003. Liebster Peter, du bist 75 geworden. Wenigstens nachträglich wirst du mir gestatten, dir zu gratulieren. Ich tue es aus ganzem Herzen. Freilich habe ich mich über das traurige Niveau vieler Beiträge in der Festschrift maßlos geärgert. Die freche Faulheit, die sich Hans-Heinz Holz zum Beispiel leistet, verstärkt nur meine Abneigung. Aber so ist die Welt nun einmal, in der wir leben. Was hat Putin bewogen, sich gegen die Amis zu wenden, was er doch partout nicht wollte? Zeigt es, dass er auch nicht gegen die gesamte neue Führungs-, Verwaltungs- und Militärelite-Politik machen kann? Der schönste Satz in diesem Ölkrieg ist der verwunderte Ausruf eines G.I. vor Basker. Wir wollen sie befreien und sie schießen auf uns. Der neue Schluss von Numa ist, verzeih, nicht besser als der erste. Numa ist erstaunlich blass. Liegt das darin, dass der Grund, den Posten anzunehmen, gleicher Reichtum also, reiche Gleichheit, schnell herzustellen und zu sichern, im Stück keine Rolle spielt? Fauno ist dagegen wunderbar und viel farbiger, fast ein Titel hält. Liebster André, Dank für die Gratulation. Das Niveau der Festschrift ist, wie das Niveau von Festschriften ist. Gäbe es einen Nobelpreis für Festschriften, ich verliehe ihn ihr. Die Beiträge von Gosweiler-Holz, Johnston-Metscher sind zufällig alle vier als solche schwach. Aber ihre insgesamte Wut, das Thema zu verfehlen, ist eine Absicht und Professorenunart. Professoren äußern sich grundsätzlich niemals zu einem gestellten Thema. Vorliegenden Werken oder lebenden Kollegen ihrer Einkünfte waren in allen fast Zeitalten äußerst schmal. So halten sie es sich, wenn sie jedes Risiko scheuen, nicht für die Pflegel, die sie sind. Das Lob hierin, eine Ausnahme gemacht zu haben, gebührt, man muss es zugeben, Fülbert und Riedel. Ja, Putin scheint sich vom US-Block zum Europa-Block zu schlagen. China wieder ist sich als imperialistischer Block selbst Block genug, stellt sich gegen die USA, aber nicht zu Russland und hat in seinem pazifischen Raum den amerikanischen Kleffer Japan und den europäischen Kleffer Russland neben sich, die ihm immer ans rechte oder linke Bein pissen. April 2003 Liebster Peter, soeben war die Post bei mir und hat mir ein Paket mit deiner Werkausgabe gebracht. Ich habe das Paket aufgerissen, die Buchhüllen entfernt und in den einzelnen Wänden geblättert. Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Geschenk und was für ein Lebenswerk. Es ist wundervoll, dass du es geschafft hast. Und nun bist du auch das vom äußersten Erscheinungsbild der Ausgabe her das geworden, was du immer werden wolltest. Ein Klassiker. Ich werde also diesen Sommer zu lesen haben. Ich umarme dich ganz herzlich. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus